hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal real m royal bbwetter wir schauen wir zocken ob wir glück oder können wenn es win und los geht's wir werden sofort reingeworfen sehr schön wird es eine gute runde wird es eine schlechte runde wir sehen es gleich ich denke mir eine schlechte runde wo gehen wir runter da können wir nicht runter sehr schöne karte ich habe jetzt nicht gemerkt wo ich runter gehe aber egal ganz hinten ganz am ende wir lassen uns vom bus rauswerfen in 30 sekunden kein problem legen wir hin ja klar wollen wir einen epischen nein noch nie geschafft aber kurz davor ja einmal oder so ne zweimal ne ja zwei oder dreimal ja sehr schön ok ok 10 sekunden bis abwurf ja küstengräber ja komm runter ich dachte ich spring doch mal früher raus die elf sekunden die müssen wir uns nicht geben ziel ziel anflug ja sieht gut aus und landung schnell 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 looten äh sieht gut aus ich höre schon jemanden sehr gut aber das ist eigentlich o есть cool danke dass du stehen bleibst sehr lieb von dir Oh, danke für die Waffe. Das ist ja aber sehr lieb von dir, was du mir so gegeben hast. Danke für dein tolles Loot. Ach, ich habe nur das... Hä? Ja, ich kann natürlich nicht hinterher switchen, wenn ich nichts habe. Gut, das war's. Ja, Kill Nr. 1, leicht verdient. Na, das juckt, sehr schön. Ja, Kiste. Ja, ist doch okay. Netter Starter Loot, so kann es gehen. Ja, sehr gut, Schildies. Das ist toll. So, warte mal. Hier waren nur zwei Häuser. Ja, okay. Dann ab zum Grab und gucken, ob da jemand ist. Zu den Gräbern, verdammt okay, kein Problem. Ah, und das war's. Ja, gut. Loot erst mal die beiden Häuser und dann suchen wir uns Gegner. Ich hoffe, ich finde jemanden. Ja, Tränke sind da. Perfekt, alles am Start. Ich bin da ein bisschen müde, aber das passt schon. Ja, auf jeden Fall, ne? Grün ist besser als Grau, habe ich gehört. Sehr schön. Deswegen kriege ich sie auch nochmal im Grau. Okay, das ist eine Scheune. Ne, ich meine eine Windmühle. Genau, das meine ich. So, von unten komme ich. Ne. Alter, bin ich blöd. Ich habe mich gerade komplett vermacht. Geile Landung. Verdammt nochmal, voll auf den Busch. Okay, hier ist nichts. Wird gerade sehr ernüchternd, die Runde. Ich brauche auch Gegner, verdammt. Ich habe hier niemanden, na toll. Okay. Ich höre nicht mal Schüsse. War ich hier wirklich der Einzige mit denen? Obwohl, das ist grün. Verdammt. Ähm, ja. Das liegt jetzt aber sehr schlecht. Dump-Mail. AFK bedeutet Tod. So viel ist klar. Ah, nehmen wir nochmal zwei Easy Kills mit. Geile Sache. Schöner AFKler. Kein Problem. Voll auf dem Präsentierteller. Das war jetzt, ähm... Na ja, was soll ich sagen. Easy Kill nehme ich mit. Die sind wirklich am Ende des Busses rausgedroppt worden und waren AFK. Finde ich aber schön. Habe ich noch nie gesehen bei RealM. Kenne ich nur von Fortnite. Aber ist cool. Na klar. Easy Kill. Ich nehme doch alles für das Video mit, oder? Ja, natürlich. Ich nehme die Waffenwahl. Ehrlich. Okay, wir looten noch ein bisschen und dann suchen wir uns irgendwie eine Zone. Ich meine, wir gehen immer in die Mittel der Zone. Ich weiß nicht, ob ich am Rand bin. Ich habe absolut keinen Plan. Geiles Loot. Oh, da habe ich schon. Danke. Das nehme ich mit. Ohne des Kopfschusses. Ich höre doch jemanden. Ich höre doch was. Da. Bist du auch AFK? Hallo. Ich glaube, der hat die bessere Knarre. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Das hat der eine bessere Knarre als ich. Oh ja, habe ich auch was. Na toll. Ich verpasse ihn auch noch auf die bessere Position. Das war jetzt eine ganz dumme Idee. Ähm, ja. Herr Kumpel, das habe ich gemacht. Nicht du. Na endlich. Echter Kill Nummer 2. Oder sagen wir, ein erster echter Kill. Yes. Sehr schön, Bro. Danke für den Loot. Sehr schön. Nice. Das war doch mal ganz stabil gerade. Jetzt können wir alles wegzaubern hier. Ah, das nehme ich mal mit. Jetzt war ich grün, aber... Oh, ich bin voll. Scheibenkleister. Ja, schön. Zwei Afkala, einer ohne Waffe. Ein echter Gegner, der mir ein bisschen Mühe gemacht hat. War halt ein echter Gegner, kein Afkala. Schön, Kontakt Nummer 5. Dumme Situation. Ich kann euch in den Zaun nicht schießen. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe. Nein, nein, nein. So gut ist. Okay, Kill. Kill ist raus. Ich bin gerade zu blöd für so einen Entfernungsfalt. Ich bin wirklich gerade zu blöd dazu. Ja, klar. Da ist noch einer. Wollte ich mich verarschen? Wie viele Leute sind denn hier? Erst war hier keine Sau, jetzt sind hier alle. Hilfe, ich sterbe. Aber guter Fight. Ist ein bisschen Action drin. Hä? Wo ist der? Alter, wie viele sind denn hier? Ich treffe auch gar nicht. Alter, so am Verrecken. Abstauber, danke. Alter Schwede. Letzte Energy Energy. Mächtige Waffe, alter. Mächtige Waffe, alter. Hupf. Ich treffe nicht. Na komm her. Alter, was soll das? Na, endlich. Nein, 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 nein. Du ist Sau, alter. Okay, wir sterben. Danke. Der hat den goldenen Hammer. Das war's. Danke bis zu sehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, guten Morgen und einen noch besseren Abend. Eine schöne, kurze und knackige Runde. Platz Nummer 10. Das war doch mal interessant und, ja, es war cool. Ich wünsche dir einen schönen Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020